Hallo miteinander, ich bin Severin Berlacher, ich komme von Wiel, bin dort aufgewachsen und wohne jetzt in St. Gallen. Ich kandidiere für den Kantonsrat, weil ich finde, dass man die Spitalpolitik, die jetzt in St. Gallen ein grosses Thema ist, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen denken darf, sondern dass dort auch medizinische und soziale Gesichtspunkte mit einfliessen. Und ich glaube, da kann ich als Arzt, der im Kantonspital St. Gallen arbeitet, sehr gut dazu beitragen und da weiterentwickeln. Wenn ich mir einen Wunsch erfüllen lasse für St. Gallen, dann wäre das, dass in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich Deko geeignet sind in St. Gallen Solarzellen und Photovoltaikanlagen stehen, die dann sauberer und grüner Strom produzieren. Und ich glaube, in St. Gallen brauchen wir einfach mehr saubere und sichere Velowäge, damit die Leute gerne Velofahren und wir brauchen eine kultur, lebendiges Nachtleben und einen Platz, wo Leute sich treffen und begegnen können. Für das stehe ich ein und für das könnt ihr mich wählen in den Kantonsort am März auf der Liste 1 von SP. Danke für noch. Danke. 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 Danke.